und herzlich willkommen zu einem erneuten commentary auf meinem kanal heute bin ich nicht allein auf stadt sondern ein guter kollege ist dabei erstellte ich erstmal vor ja moin bombard ich bin euer seilen fahrt aber auch ein kanal auf youtube aber scheiß drauf wir wollten mal gute anmach sprüche aufbringen und ja wir haben uns warte mal ganz kurz ich kann ja nicht papa nein mir tut nichts weh okay ich hab die tür zu machen so ein scheiß drauf also ich bin 18 und kann nicht mal behindert sein ohne dass mein vater gleich kommen ja mit dir geht es okay ich habe eingelesen der ist auf französisch sie würden perfekt zu meiner einrichtung passieren das ist so scheiße man ja du weißt doch noch wird noch so eine mathe lehrerin wir können dich und mich addieren unsere kleider abziehen unsere meine teilen und uns multiplizieren ich habe auch ein mit schule die alte wenn du meine hausaufgabe ja ich würde dich auf den tisch klatschen und sofort bearbeiten eigentlich wollte ich ja dich an baggern aber mein bagger habe ich leider vergessen mein löffel dabei darf ich dich an löffeln dein linker oberschenkel ist wie ostern dein rechter oberschenkel ist wie weihnachten darf ich in den zwischen den feiertagen mal vorbeikommen da habe ich noch einen kurzen ja wir können ohne scheiß die polizei sucht mein schwanz darf ich neben dir verstecken ich hoffe du bist gut versichert denn als ich dich gesehen habe hast du eine beule in meine hose gezaubert du musst musst der wahre grund für die globale erwärmung sein der scheiße mann oder hier wenn du irgend so eine türkin hast du so und die heißt heißt dann sind terroristen du bist bombe ich bin vom adac und würde dich heute abend gerne abschlecken schade dass du nicht auf der titanic warst deine augen hätten den eisberg zum schmelzen bringen denn oh 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 ich muss kotzen also wenn den mal ein typ bei mir bringen kannst du lesen in meiner hose steht was dein bild habe ich irgendwo schon einmal gesehen stimmt im lexikon direkt neben boah ey ich kenne behältst du mich wenn ich mit behältst du mich wenn ich dir bis nach hause folge da hier na praline bock auf ne film ich verspreche dir eins bei einer fetten klappt es nicht hallo so wie du aussiehst hast du nur auf mich gewartet und belegt sag mal schmeckt deine zunge genauso wie du auch aussiehst genauso scheiße ist dein vater becker du schnitte ich habe meine handynummer verloren kann ich deine haben ja ja der ist scheiße warte wo wir noch naja genau wenn du eine rose in der wüste wärst würde ich vor dir niederknien und weinen damit du nicht verdurst ist der kotz wird man als gott ich schuf wollte er nur angeben warum tun sie dann fühlst du eigentlich nicht weh du gehst mir du gehst nicht mehr aus dem kopf meine fresse da mal waren wir als kind nicht auf den schulen ist genau so scheiße ist das deine mutter ich dachte das wäre deine schwester ist ein anderer spruch für die mutter hast du zucker in den augen du guckst nämlich so süß du bist so scharf wie eine bombe lass mich dich entschärfen der ist scheiße was würden wir beide nicht 13 sein martipan figuren auf der hochzeit dort noch aussehen also der ist gut der ist der freche man hey die sterne sind so schön holst du mir einen runter du siehst aus wie ein unfall darf ich dich abschleppen ich glaube nicht dass der ziel da wie fühlt man sich wenn man die schönste frau im raum ist ich weiß du kennst mich nicht aber es kann ja noch was werden der ist nicht ganz aktuell aber bevor die welt am 21 dezember untergeht muss ich unbedingt noch mal sehen weil wenn du den die heutzutage bringt also zwei jahre danach du bist so schön dass es wehtut dich anzusehen oder hier da ist eine ganze diskussion aufgeführt die erste was runter gefallen ja das papier was für ein papier das papier was dich umhüllt du bonbon schluckst du der mir über den weg gelaufen ist darf ich dich ohne reue vernaschen fick mich wenn ich falsch liege aber eins plus eins ist drei ich bin neu in der stadt kannst du mir den weg zu dir nach hause zeigen der scheiße schöne beine wann haben sie geöffnet ja entschuldigung macht es dir was aus wenn ich dich eine minute anstelle er möchte mir ich an dich in meinen träumen erinnern die augen und ich werde dir mein herz öffnen wir haben was gemeinsam ich mag hübsche frauen und du bist eine hübsche frau das kann doch kein zufall sein ja ich würd mal sagen das war es erstmal für heute die gameplays sind langsam zu ende ich würde mal sagen wenn ihr mehr von dem behinderten spasten da hören wollt der mit mir gerade das duo gemacht hat hat meine Mutter gefickt genau den meine ich dann bewerten und kommentier dich vergessen ich bin raus haut rein